Herzlich willkommen zu unseren Erklärvideos. Mein Name ist Dina de Haas, ich komme aus Hannover und begleite Sie durch dieses Video. Dieses Video gibt einen ersten Einblick in die berufsbildenden Schulen, kurz BBS. An den berufsbildenden Schulen kann man verschiedene Bildungsabschlüsse erlangen, zum Beispiel einen Berufsabschluss nach einer Ausbildung, aber auch zusätzlich verschiedene Schulabschlüsse. Die Schulabschlüsse sind genau die gleichen wie an der allgemeinbildenden Schule. Der Unterschied ist, dass man an der BBS eine berufliche Fachrichtung wählt, wie zum Beispiel Gesundheit und Soziales, Technik, Wirtschaft, Gestaltung. Man hat berufsbezogenen und teilweise praktischen Unterricht in der gewählten Fachrichtung und daneben auch Unterricht in allgemeinbildenden Fächern, wie Deutsch, Politik und Englisch. Die BBS steckt voller Chancen und Möglichkeiten. Wir erklären Ihnen nun ganz kurz die verschiedenen Schulformen der BBS. Für mehr Informationen zu den einzelnen Schulformen können Sie sich weitere Erklärvideos anschauen. Die Berufsschule besuchen Schülerinnen und Schüler, die eine duale Ausbildung absolvieren. Das heißt, sie lernen einen Beruf in einem Unternehmen und besuchen gleichzeitig die Berufsschule. Mit dem Berufsabschluss können Sie direkt danach in die Arbeitswelt starten. Die Ausbildungen sind je nach Beruf unterschiedlich. Mit dem Ausbildungsbetrieb wird ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Für einige Ausbildungsberufe wird vom Unternehmen dafür mindestens ein Hauptschulabschluss verlangt, für andere Berufe auch höhere Schulabschlüsse. Es ist auch möglich, ohne Schulabschluss eine Ausbildung zu machen, wenn man einen Ausbildungsbetrieb findet, der dies anbietet. Das ist sehr selten. Die duale Ausbildung dauert je nach Beruf zwei bis dreieinhalb Jahre. Die Auszubildenden erhalten von ihrem Ausbildungsbetrieb eine Vergütung, die je nach Beruf und Betrieb unterschiedlich hoch ist. Mit der erfolgreichen Ausbildung wird automatisch auch der Sekundarabschluss 1 erworben. Je nach Dauer der Ausbildung und schulischen Leistungen entweder als Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder erweiterter Realschulabschluss. Durch zusätzlichen Unterricht kann außerdem die Fachhochschulreife erworben werden. Mit einem Ausbildungsabschluss und anschließender Berufserfahrung ist es sogar möglich, ohne Fachhochschulreife oder Abitur zu studieren. Zuvor muss man nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz finden. Einige Ausbildungsberufe können an der berufsqualifizierenden Berufsfachschule erlernt werden. Dort macht man dann keine duale, sondern eine schulische Ausbildung. Das heißt, man lernt den Beruf hauptsächlich in der Schule, hat aber auch Praxiszeiten in einem Unternehmen oder einer Einrichtung, zum Beispiel einem Kindergarten oder einem Altersheim. Für die Aufnahme wird zwingend ein Schulabschluss benötigt, meist ein Realschulabschluss, manchmal reicht jedoch auch ein Hauptschulabschluss. Die Ausbildung dauert je nach Beruf zwei bis drei Jahre. In einigen schulischen Ausbildungsberufen erhält man eine Vergütung, in anderen nicht. Der Erwerb von Schulabschlüssen ist in der schulischen Ausbildung genauso geregelt wie in der dualen Ausbildung. Jetzt kommen wir zu den Vollzeitschulischen Bildungsgängen, in denen man einen Schulabschluss erwerben kann. Einige Bildungsgänge bereiten auf einen Beruf vor, andere sogar auf ein Studium. Die Berufseinstiegsschule, kurz BES, besuchen Schülerinnen und Schüler, die die allgemeinbildende Schule verlassen und noch weitere Unterstützung brauchen, bevor sie einen Schulabschluss machen, in eine Berufsausbildung oder in eine Berufstätigkeit starten können. In der BES-Klasse 1 kann kein Schulabschluss erlangt werden. Die Schülerinnen und Schüler können im Anschluss bei entsprechenden Leistungen die BES-Klasse 2 besuchen und dort ihren Hauptschulabschluss erwerben. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man direkt in die BES-Klasse 2 gehen. Die BES-Klasse Sprache und Integral besuchen Schülerinnen und Schüler, die noch ihre Deutschkenntnisse verbessern müssen, bevor sie weiter lernen können. Auch in dieser Klasse kann kein Schulabschluss erworben werden. Es kann im Anschluss bei guten Leistungen aber die BES-Klasse 2 besucht werden. Die BES-Klasse 2 und die Klasse Sprache-Integration in Teilzeit kann man in Verbindung mit einer Einstiegsqualifizierung, EQ, also einem langfristigen Praktikum besuchen. Man lernt dann 2 Tage in der Schule und 3 Tage im Betrieb. In der Klasse Sprache-Integration in Teilzeitform kann auch ein Praktikum durchgeführt werden, wenn keine Einstiegsqualifizierung gefunden wurde. An die nicht berufsqualifizierende Berufsfachschule können Schülerinnen und Schüler gehen, die schon einen Haupt- oder Realschulabschluss haben und sich auf eine Berufsausbildung vertieft vorbereiten möchten. Sie können dabei dann auch in ein bis zwei Jahren den nächsthöheren Schulabschluss erwerben, also den Sekundarabschluss 1, Haupt-, Real- oder erweiterter Realschulabschluss. Nach der Berufsfachschule ist es möglich, direkt in das zweite Jahr einer Berufsausbildung einzusteigen. Man kann also ein Ausbildungsjahr sparen, wenn der Ausbildungsbetrieb dieses anerkennt. Aber das ist nicht immer gegeben. Die Fachoberschule können Schülerinnen und Schüler mit einem Realschulabschluss oder einem erweiterten Realschulabschluss besuchen. In der Fachoberschule Klasse 11 absolvieren die Schülerinnen und Schüler an drei Tagen pro Woche ein Praktikum und besuchen an zwei Tagen pro Woche den Unterricht in der Schule. In der Fachoberschule Klasse 12 findet der Unterricht nur in der Schule statt. Ziel ist der Erwerb der Fachhochschulreife. Wer neben einem Realschulabschluss bereits einen Berufsabschluss oder Berufserfahrung mitbringt, kann die Fachoberschule Klasse 11 überspringen und direkt die Klasse 12 besuchen. Die Berufsoberschule kann nur besuchen, wer die Fachhochschulreife und zusätzlich einen Berufsabschluss mitbringt. Ziel ist die Erlangung der allgemeinen Hochschulreife, Abitur oder, wenn nur eine Fremdsprache gelernt wurde, der fachgebundenen Hochschulreife. Allerdings wird diese Schulform nur an wenigen berufsbildenden Schulen in Niedersachsen angeboten. Das berufliche Gymnasium können Schülerinnen und Schüler mit einem erweiterten Realschulabschluss besuchen, um dort die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife, Abitur, zu erlangen. An der Fachschule können Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Ausbildung abgeschlossen haben, eine berufliche Weiterbildung machen, zum Beispiel zur staatlich geprüften Technikerin bzw. zum staatlich geprüften Techniker. An der Fachschule erlangen sie einen höherwertigen Berufsabschluss und gleichzeitig, je nach Bildungsgang, in der Regel die Fachhochschulreife. Die Berufsabschlüsse in einer Fachschule entsprechen in etwa einen Bachelorabschluss an einer Hochschule. Das war der kurze Überblick über alle Schulformen der berufsbildenden Schulen. Folgen wir nun zwei unserer SchülerInnen auf ihrem Weg durch das berufsbildende System. Das ist Johannes. Er verlässt mit einem Realschulabschluss die 10. Klasse und möchte später gerne seine eigene Firma gründen und leiten. Dazu nimmt er eine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel auf und erwirbt mit dem Berufsabschluss auch den erweiterten Realschulabschluss. Johannes sammelt nach der Ausbildung erst einmal Berufserfahrung als Kaufmann im Einzelhandel und nimmt dann berufsbegleitend an einer beruflichen Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt an der Fachschule teil. Als staatlich geprüfter Betriebswirt kann er eine leitende Position in seinem Unternehmen oder in einem Groß- und Einzelhandelsunternehmen aufnehmen. Außerdem ist er nun sehr gut vorbereitet, um seine eigene Firma zu gründen. Das ist Fatime. Sie ist erst kurz in Deutschland und hat noch keine guten Sprachkenntnisse. Auch wenn sie in ihrer Heimat bisher keinen Schulabschluss machen konnte, will sie unbedingt Ärztin werden. Zunächst besucht sie zum Aufbau einer guten sprachlichen Basis die Berufseinstiegsschule Klasse Sprache und Integration. Wechselt dann in die Berufseinstiegsschule Klasse 2 und macht dort den Hauptschulabschluss. Anschließend macht sie eine duale Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Sie spricht inzwischen perfekt Deutsch, hat gute medizinische Kenntnisse und eine abgeschlossene Berufsausbildung, die ihr Sicherheit gibt. Jetzt kann sie direkt in die Klasse 12 der Fachoberschule Gesundheit und Soziales einsteigen und ihre Fachhochschulreife erwerben. Anschließend kann sie eine allgemeine Hochschulreife innerhalb eines Jahres an einer Berufsoberschule Gesundheit und Soziales oder innerhalb von zwei Jahren an einem beruflichen Gymnasium Gesundheit und Soziales erwerben. Damit kann sie sich auf einen Studienplatz in Medizin bewerben. Dieses Video wurde von der Kauser Landesstelle Niedersachsen, dem Migranetz, dem Netzwerk niedersächsischer Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte sowie dem Migranten-Eltern-Netzwerk Niedersachsen erstellt. Links zu weiteren Erklärvideos und Informationen über die einzelnen Schulformen sowie unsere Kontaktdaten finden Sie auf den unten verlinkten Webseiten. Alle Angaben sind ohne Gewehr und ersetzen nicht das persönliche Beratungsgespräch. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg für ihre weitere Schulkarriere und ihre berufliche Zukunft.